Wir fangen ja jedes Mal wieder von vorne an. Wir haben immer wieder neue Musikklassen, ob es Bläser- oder Streicherklassen sind. Und die Prozesse sind eigentlich immer sehr mühsam, weil die Begeisterung, mit dem Orchester zusammenzuarbeiten, die ist am Anfang nicht unbedingt da, weil es ist ja mit Arbeit verbunden. Und Arbeit heißt in diesem Fall auch Nichtstun, nämlich still sein, konzentriert Haltung bewahren, sitzen, da sitzen, auf Knopfdruck funktionieren. Das sind Prozesse, die hier eingeübt werden und die nicht immer nur angenehm sind für die Schüler. Aber im Nachhinein, das sind meine Erfahrungen, wenn die Schüler dann meine Bläser- oder die Musikklasse verlassen haben, dann kommen die Schüler und sagen, oh, war das nicht schön und können wir nicht mal wieder und wissen sie noch. Oh, oh, oh.